Moin und willkommen zum zweiten Teil der Bummeltour. Wir haben uns in diesem Teil auf dem Rückweg gemacht zur Kärntner Hütte, haben dabei noch einige Trades mitgenommen, die auf dem Weg lagen und haben somit dann die Tour für uns beendet. Am Ende waren es 33 Kilometer und um die 500 Höhenmeter für norddeutsche Verhältnisse schon ganz ordentlich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Das war doch mal ein gemütlicher Kicker. Wooh! Wooh! Kurz warten. Hier sind wir zwei Möglichkeiten. Ganz rechts ist die Wurzelis mit einer relativ großen Stube. Das Problem ist, hinter der Stube ist so sanft oder man hält sich links und es ist einfach nur bergab. Oder man hört sich rechts rechts, ganz links hier und dann ist sie da nicht. Okay. Ihr hört sich zu selbst hin und zeigen. Ja, neben mir. Juhu! 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 oh ja die wurzeln sind ganz gut rutschig. die stufe da ist auch neu oder? ne die ist schon lange. okay dann bin ich sie noch nie gefahren. so kurz warten. die pfützen waren eklig. wuuh Was ist das? Was ist das? Woops, woops, woops. Ups, satt. Immer einen halben Meter weiter, wo es vorne war. Ja. Das war jetzt etlich. Ja, wir fahren aber noch mal voll rein in die Suppe.